Wir sind in den letzten Jahren in den letzten Jahren in den letzten Jahren. Ich bin auch zum nächsten Mal mit dabei. Bei Hansjörg Lindner, MSC Platter und Hansjörg Klaasauer, gestern hat es sich reißen. Wie war es denn heute Abend? Ich glaube, es war so lustig. Aber ich habe es heute getan, wenn auch die Fans in der Sonnabendung durchdrehen. Ich habe es nicht reißen. Hansjörg, das war mir das schön. Ich war es mit der Gina Schüttner von MSC Platter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018